Mein Name ist Gianni Miguel Cuevas, ich bedrehe Tietzi, D2 Künstler aus Basel. Unsere zwei Studios heissen The Chosen View, eins ist in Basel an der Riga 57 und eins ist im Laufe an der Röschentenstraße 10. Ich bin spezialisiert auf Black & Grey, natürlich auch farbig, realistisch, das ist das, was mir sehr viel Spass macht. Und es ist uns sehr wichtig, dass wir für jeden Kunden seine eigene Idee mit dem Kunden zusammen entwickeln können. Mit der heutigen Technologie sind wir viel flexibler geworden und es lohnt praktisch der Kreativität kein Limit mehr. Während dem Arbeiten können spontan Ideen entstehen und dann bespricht man das mit dem Kunden und realisiert sie. Auf geht' auf Hmm. Musik Ich freue mich riesig auf die Zukunft. Ich weiss, da wird noch sehr viel auf uns zukommen. Es wird farbig bleiben. Musik 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 Musik